Ich wende mich heute an die Öffentlichkeit aus zwei Gründen. Erstens hat die MLPD und damit auch unsere Bewegung, gibt Antikommunismus keine Chance, heute einen wichtigen Erfolg vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster erzielt. Auch dieses Gericht hat gesagt, die Lenin-Statue darf aufgestellt werden. Zweitens hat die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Watz hier in Gelsenkirchen, heute in wirklich widerwärtiger Art und Weise versucht, den antikommunistischen Erlass der Stadtspitze gegen diese Statue zu rechtfertigen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat also entschieden, dass die Lenin-Statue vollständig rechtmäßig am Samstag aufgebaut werden kann. Interessant ist dabei, dass sie sich auch ausdrücklich die antikommunistische Begründung der Stadtspitze nicht zu eigen machen. Ich zitiere aus der Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts Münster, die schreiben, die negative Bewertung der Person Lenins und seines Handelns, auf die die Stadt Gelsenkirchen ihre ablehnende Haltung maßgeblich stützt, steht in keiner nachvollziehbaren Verbindung zu der Aussage des Baudenkmals. Zitat Ende das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW in Münster. Wir wissen nicht ganz genau, wer hinter diesen Erlassen der Stadtspitze steht. Es gab ja in den letzten Jahren auch andere Verbote des rebellischen Musikfestivals oder auch unseres Gedenkens in Buchenwald, die gescheitert sind. Im Nachhinein kam immer raus, dass entweder der Verfassungsschutz, das Innenministerium oder sogar Innenminister Seehofer persönlich dahinter steckte. Wer auch immer das betrieben hat, klar ist auf jeden Fall, diese Leute sind auch hier wieder krachend gescheitert. Sowohl sind sie gescheitert mit ihrem Versuch, die Bevölkerung hier in Gelsenkirchen antikommunistisch zu verhetzen und gegen dieses Denkmal aufzubringen. Und sie sind auch gescheitert mit dem Versuch, mit Antikommunismus Rechtsbeugung zu erzwingen. Die haben offenbar gedacht, mit Antikommunismus kann man alles machen, aber das ist eben so beliebig nicht mehr möglich. Und die Leute lassen sich heute durch den Antikommunismus nicht mehr so einfach von dem, was sie für richtig halten und was sie unterstützen wollen, abbringen. Die Lenin-Statue wird also kommen und man kann sagen, sie hat wirklich breite Diskussionen ausgelöst. Über den Sozialismus, über Revolution, über die Verdienste der Oktoberrevolution in Russland und auch der Klassiker des Marxismus-Leninismus. Wir sind dabei darauf gestoßen, dass das auf eine breite Kritik am Kapitalismus trifft. Wir haben viel mit den Leuten diskutiert und es war auffällig, wie viele Rechnungen die Leute mit dem Kapitalismus, mit den bürgerlichen Politikern und Parteien offen haben, wenn man diese Diskussion kritisch führt. Das geht dann von SPD und CDU sollen sich um ihre eigenen Sachen kümmern, die haben uns die Rente mit 67, die große Armut hier in Gelsenkirchen eingebrockt oder wir haben sie eine große Werbetafel vor das Fenster gestellt, aber wenn es um Kommerz geht, geht ja alles und jetzt regen sie sich über die Lenin-Statue auf. Also die Leute haben viele Rechnungen offen. Wir haben auch gemerkt, dass das trifft auf die Suche nach einer gesellschaftlichen Alternative. Natürlich fragen sich die Leute, was ist eigentlich nach dem Kapitalismus? Wofür kämpfen wir eigentlich, wenn wir so viele Kritiken haben? Auch diese Diskussion wurde belebt und zum Dritten ist auffällig, dass wir immer größere Zustimmung für unsere Auffassung bekommen, dass es mal ein Ende haben muss, dass diese ganze Diskussion einem Tabu unterliegt. Man soll ja über alle diese Fragen gar nicht reden dürfen und das sagen immer mehr Leute. Wir sind vielleicht noch anderer Meinung. Ich sehe nicht alles so wie ihr. Ich habe da bisher was anderes gehört, aber man muss darüber diskutieren dürfen und das sehen wir ganz genauso. Es ist wirklich das Allerletzte, was die WAZ in der heutigen Ausgabe vertritt. Erstmal ist interessant, dass sie nicht mehr die bürgerlichen Politiker und Parteien bemühen. Entweder haben die keine Argumente mehr oder man hat gemerkt, dass es nicht so gut kommt, wenn die hier als unsere Hauptgegner hochstilisiert werden. Also werden jetzt angeblich neutrale Historiker befragt. Was diese Historiker allerdings von sich geben, ist wirklich in gröbster Weise geschichtsverzerrend und aus der tiefsten antikommunistischen Mottenkiste. Zum Beispiel bringen dies allen Ernstes fertig den weißen Terror, der in Russland nach der Oktoberrevolution losging, als Andersdenkende zu verteidigen. Was war der weiße Terror? Gegen diesen weißen Terror hat ja Lenin den Sozialismus, die Errungenschaften nach der Oktoberrevolution und das ganze Land verteidigt. Dieser weiße Terror, das waren zaristische Gruppen, die von militärischen Einheiten aus 14 kapitalistischen und imperialistischen Ländern, England, Großbritannien und so weiter, unterstützt wurden. Dieser weiße Terror fiel in dieses Land ein, ermordete hunderttausende Revolutionäre und Leute, die auch nur verdächtig waren, diese Oktoberrevolution unterstützt zu haben. Dieser weiße Terror veranstaltete Judenpogrome, übelster Art und Weise. Dieser weiße Terror brannte Dörfer nieder, vergewaltigte Frauen. Und dieser weiße Terror wird jetzt als Andersdenkende dargestellt in der BATS, um damit Lenin anzugreifen, weil er gegen diesen weißen Terror gekämpft hat. Ich kann nur sagen, es ist völlig richtig und jeder normal denkende Mensch würde heute sagen, dass man natürlich gegen solchen Terror sich zu Wehr setzen muss und dass es richtig ist, sozialistische Errungenschaften entsprechend zu verteidigen. Diese Historiker bringen es fertig, in ihrem Artikel nicht ein Wort über die Opfer des weißen Terrors zu sagen, kein Wort über die Opfer des Zarismus, kein Wort über die sieben bis zehn Millionen Opfer, die dieser Krieg, dieser Interventionskrieg gekostet hat. Über die sprechen die kein Wort, sondern versuchen einfach diese ganzen Ereignisse Lenin in die Schuhe zu schieben. Sie äußern sich auch zum Krieg, denn die MLPD hat ja, wie es den Tatsachen entspricht, im Zuge dieser Diskussion bekannt gemacht, dass Lenin den Ersten Weltkrieg in Russland beendet hat. Ich möchte mal zitieren, was die WAZ von heute dazu von sich gibt. Hier heißt es also, ich zitiere, das Ende des Weltkrieges sei nur beabsichtigt, aber de facto nicht erfolgreich gewesen. Weil die Deutschen sich nicht an den separaten Friedensvertrag mit Russland gehalten haben. Das muss man sich mal vorstellen. Lenin hat nach der Oktoberrevolution als eines der allerersten Dekrete das Dekret über den Frieden erlassen. Er hat dann den Frieden von Prest-Litovsk ausgehandelt. Sogar gegen Widerstand in den eigenen Reihen, zum Beispiel Trotzki war dagegen, hat er gesagt, auch wenn wir große Gebietsverluste hinnehmen müssen, wir brauchen jetzt Frieden, das ist jetzt das Allerwichtigste. Dass dann der deutsche Imperialismus sich daran nicht gehalten hat, den Krieg an anderen Fronten weitergeführt hat, das kann man doch jetzt unmöglich Lenin in die Schuhe schieben. Im Übrigen, wer hat diesen Krieg eigentlich verursacht? Den Ersten Weltkrieg hat bekanntlich der deutsche Kaiser Wilhelm verursacht. Ein Krieg, der 20 Millionen Opfer gebracht hat. Dieser Kaiser Wilhelm hat in fast jeder Stadt Deutschlands ein Denkmal. Der große Kaiser Wilhelm Park hier in Essen kennt fast jeder. Diesem Kriegstreiber werden Denkmäler gesetzt. Wer hat den Krieg mit zu verantworten? Die SPD hat damals gegen den großen Widerstand der Kommunisten den Kriegskrediten zugestimmt. Es ist doch grobe Geschichtsklitterung, alles das außen vor zu lassen und jetzt einen Artikel zu schreiben, der das so darstellt, als hätte Lenin auch noch diesen Krieg zu verantworten und dass dieser Krieg nicht beendet wurde. Lenin war der größte Friedenspolitiker zusammen mit den Kommunisten, mit den Bolschewiki seiner Zeit. Er hat tatsächlich in Russland dafür gesorgt, dass dieser Krieg beendet wurde, dass dann andere das Land überfallen und den Sozialismus zerstören wollen. Das kann man nun wirklich nicht Lenin in die Schuhe schieben. Es ist also interessant, was für Historiker hier bemüht wurden. Einer der dort zitierten sogenannten Wissenschaftler, sein Name ist Prof. Stefan Blaggenborg, ist ein ausdrücklicher Befürworter der sogenannten Totalitarismus-Theorie, die ja rechts und links gleichsetzt. Diese Theorie ist im Moment in der ganzen Gesellschaft, insbesondere angesichts der Ereignisse von Hanau in der Kritik, weil die Leute völlig zu Recht sagen, bis hin zu Politikern der Grünen und anderen, völlig zu Recht sagen, das hat eigentlich dazu geführt, dass man die ganze Zeit gegen Faschisten nicht konsequent vorgegangen ist, sondern den Hauptstoß gegen die Linken gerichtet hat. Und in der Situation erscheint jetzt ein solcher Artikel und wird versucht, hier die Kommunisten für alles Unheil dieser Welt und dieser Geschichte verantwortlich zu machen. Wir haben in Thüringen gesehen, wohin dieser Antikommunismus diese reaktionäre Weltanschauung führt. Sie hat dort gerechtfertigt, dass CDU und FDP mit der AfD zusammengearbeitet haben, aus rein antikommunistischen Gründen. Das Motto war ja, Hauptsache die Sozialisten sind weg. Das ist die schädliche Wirkung des Antikommunismus, die entlarvt gehört und nicht noch neuen Stoff durch solche Medien und solche Historiker und sonst was kriegen sollte. Wir wissen natürlich, dass sich der Sozialismus und jeder gesellschaftliche Fortschritt immer gegen solche Verleumdungen, gegen solche Repressionen durchsetzen wird und wir sind der festen Überzeugung, dass sich auch in dieser Zeit der Fortschritt gegen solche Verleumdungen durchsetzen wird und deshalb freuen wir uns über diese Diskussion. Wir freuen uns über alle Sympathiebekundungen, die wir kriegen, übrigens auch aus dem Ausland. Wir haben für die Enthüllung der Lenin-Statue Anmeldungen von Medien und auch interessierten Gästen aus der ganzen Welt, aber natürlich auch aus dem ganzen Bundesgebiet. Aber ich muss sagen, wir freuen uns auch genauso über alle kontroversen Diskussionen, die offen und sachlich geführt werden, über alle Fragen, die die Leute haben, die sagen, ich habe es bisher anders gehört, ich bin mir nicht sicher, ob ihr da richtig liegt. Das ist gut, denn diese Diskussionen müssen auf den Tisch, die müssen geführt werden, die müssen offen und ehrlich und breit und sachlich ausgetragen werden, denn diese Tabus, über solche Fragen zu reden, die vernebeln uns doch nur den Blick dazu, welche Alternativen wir brauchen und erkämpfen müssen, damit dieser Kapitalismus, der auch heute wieder für Menschen unwürdige Zustände, ich gucke nur in die Situation an der griechisch-türkischen Grenze am Mittelmeer, die ganzen Kriegsherde, die diese Leute nicht befriedet kriegen, die dieser Kapitalismus einfach dringend nötig braucht. Insofern zum Schluss, alle sind herzlich eingeladen, wir freuen uns über alle Gäste am kommenden Samstag, dem 14. März um 16.30 Uhr in Gelsenkirchenhorst, an der Ecke Schmalhorststraße an der Rennbahn, wird diese Lenin-Statue um 16.30 Uhr enthüllt. Herzlich Willkommen an alle Interessierten, wir freuen uns auf dieses Ereignis, das auf großes internationales und bundesweite Interesse stößt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020